Okay, ich hoffe, dass es funktioniert, dass ich online bin. Ich bin nicht sicher, aber zumindest von mir geht der Stream raus. Also, es ist aufregend. Ich wünschte, wir könnten uns irgendwo live sehen, in einem Wohnzimmer oder in irgendeinem Club und uns gegenüberstehen, aber das geht nun mal nicht. Schön, dass ihr trotzdem dabei seid bei dieser kleinen Internet-Streaming-Geschichte. Ich bin M13 und ihr seht gerade meine kleine Ecke bei mir in Erfurt in meinem Home-Studio. Und von dort aus möchte ich versuchen, die nächsten 60 Minuten mit euch zu verbringen und habe ein paar Songs für euch eingepackt. Und ich denke, wir legen einfach los. Ihr könnt parallel dazu spenden, wenn ihr möchtet, alle Einnahmen, die irgendwie heute generiert werden, während dieses Streamings gehen an Pro Asyl. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Taler da lasst. Ansonsten macht euch ein Bier auf. Ich habe das schon getan. Ich habe hier investiert und habe einen Bierständer am Mikrofonhalter. Ich meine, es ist Montag, aber so what? Also, viel Spaß bei den nächsten 60 Minuten mit M13 hier im Stream. Los geht's! Ich bin M13. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Don't know when we die And I know the reason why Don't know when we die And I know the reason why Don't know when we die And I know the reason why Don't know when we die And I know the reason why Don't know when we die And I know the reason why Don't know when we die Don't know when we die Don't know when we die Some day, some time Heart failure at the bank Choke on a mint Some long, drawn-out disease You contracted on vacation You will die You will absolutely die Even if you avoid this death Another will find you And I guarantee And I guarantee That it won't be nearly as poetic Or meaningful As what she's written I'm sorry, but it's It's the nature of all tragedies, Harold The hero dies But the story goes on forever You're the resultado of all And I know the truth You know the truth The thunderstorm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pro Asyl, 2020 100% aller Einnahmen, die heute hier irgendwie generiert werden, wenn ihr was seht, wenn ihr was hört, wäre es nett und wäre es gut und pro Asyl macht, wie der Name schon sagt, hilft Menschen, die migrieren, die unterwegs sind, die kein Zuhause mehr haben und setzt sich für deren Rechte ein und das gilt es mehr denn je jetzt gerade zu unterstützen. Also vielen Dank für eure Unterstützung, also vielen Dank für eure Unterstützung, ihr könnt ja noch ein bisschen zu hören und mal schauen, wie ihr so drauf seid. Ich habe eine gute Zeit, ich habe eine gute Zeit, ich habe eine gute Zeit, ich habe noch ein paar Songs für euch hier vorbereitet und der nächste Song, der heißt Empty und der geht so. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 There is no planet B There is no planet B There is no planet B Bis zum nächsten Mal. 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 Viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, dass ihr das macht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.